ja herzlich willkommen zu einem weiteren video in diesem video geht es um den zeichsel smart managed switch gs 1924 e bei diesem gerät handelt es sich um den wahrscheinlich günstigsten smart managed switch mit 24 ports den es aktuell auf dem markt gibt das gerät gibt es bei amazon zum beispiel für ca 92 euro beim günstigsten online handel auch so circa um 90 euro rum ja beginnen wir dann erstmal mit dem unboxing machen das gerät hier einfach mal auf also beziehungsweise die verpackung machen wir auf so dann haben wir hier folgendes trainer einmal natürlich eine garantie karte dann eine einverstandenerklärung und sicherheitshinweis und dann kommen wir noch zum quick start guide der ist so wie es aussieht und zwar gerade kurz an ja der ist komplett in englisch es geht einmal hier um die verbindung von dem gerät und dann natürlich die montage von wahlweise mit gummifüßen oder halt als rack variante so dann kommen wir als nächstes zu dem bereich hier haben wir dann einmal stromversorgungskabel dann haben wir natürlich die zubehör sachen bei der montage natürlich einmal direkt installations komponenten also sprich im sinne von den zwei halterungen die seitlich montiert werden entsprechenden schrauben und hier ist vielleicht noch mal ganz wichtig hier behandelt es sich um die standfüße die man dann unten ankleben kann am switch damit diese halt bei der desktop installation nicht ganz normal auf irgendeinem tisch oder so dann kratzer verursacht so dann nehmen wir das gerät mal aus und haben wir das gerät hier packen das jetzt endlich mal aus und so das ist das gerät dann auch schon also 24 ports internes netzteil sind halt wirklich nicht schlecht für den preis und wie gesagt dann noch die menschen funktion also wir machen das zeitig hier auf können das gerät dann hier direkt rausziehen das gerät ist komplett aus metall das finde ich auch schon mal sehr gut es ist passiv gekühlt es hat ein integriertes netzteil und ja viel mehr gibt es erst mal nichts zu sagen und ist natürlich manageable zu den manage funktionen kommen wir dann denke ich mal im nächsten step bei der installation und so kommen wir noch mal dazu wie kann ich dieses gerät installieren es gibt genau drei varianten es gibt einmal die variante in dem 19 zoll rack dazu liegen zwei solche ja adapter sage ich jetzt mal bei diese werden hier seitlich angeschraubt und dann kann man entsprechend das gerät im 19 zoll rack schrank verbauen schrauben liegen natürlich auch dabei so dann die zweite variante ist die wanden montage dazu haben wir hier diese zwei löcher und es liegt eine entsprechende dübel plus schrauben bei um das gerät direkt an der wand zu befestigen ja und die letzte variante ist natürlich die desktop installation also sprich das gerät einfach auf irgendwas drauf stelle hierbei er ist zu beachten hier unten sind entsprechend vier von diesen ja von diesen positionen auf die dann folgendes geklebt werden kann ja hier liegen halt entsprechend dieses set bei das sind vier so kleine gumminoppen diese kann man dann hier abnehmen und dann entsprechend auf die richtige stelle aufkleben zum beispiel so ja das kann man natürlich dann mit allen vier positionen machen wir haben jetzt und mal entsprechend die gummi ständer dran gemacht und können das gerät jetzt ganz normal hier auf den tisch stellen ohne dass jetzt irgendwie da eine beschädigung existiert da kommen wir als nächstes zum punkt in betrieb natürlich müssen wir erst mal die stromverbindung herstellen wir haben in diesen kaltgerätestecker diesen können wir dann ganz normal verbinden mit dem beigelegten stromkabel verbinden wir jetzt einfach mal so jetzt haben wir die stromversorgung schon mal hergestellt jetzt fehlt natürlich dann noch die entsprechende verbindung netzwerkverbindung vorher den switch natürlich noch einschalten und verbinden dann einfach das netzwerk habe so switch einschalten und dann geht es auch schon los wichtig immer ist die information zu den einzelnen ports sieht man wie gesagt dann auf der linken seite hier in diesem feld also es gibt keine lampen direkt an den steckplätzen sieht man jetzt hier noch mal ganz gut den zweiten steckplatz aber belegt hier leuchtet entsprechend der zweite steckplatz so und damit kommen wir dann auch schon zur einrichtung kommen wir zur einrichtung des zeigster gs 1924 e switches als erstes natürlich gucken wir im dhcp server bei uns nachher ist da eine neue adresse vergeben worden ja und die ist die passende mac adresse steht hier haben wir die neue adresse auf diese neue adresse verbinden wir uns dann natürlich direkt also auf das webinterface so jetzt sind wir hier auf dem webinterface gibt es folgendes wir haben den usernamen der ist admin standardmäßig und das kennwort ist im auslieferungszustand 1 2 3 4 und damit können wir uns dann entsprechend in das gerät einloggen so das erste was ich immer mache ist der punkt firmware version ein neues gerät einrichte wir haben hier die version v2 2 2 0 aktiv vom 23.06 2016 es gibt dann natürlich eine neuere firmware wie man das ganze macht geht folgendermaßen wir gehen links in den bereich maintenance und haben hier dann den punkt firmware und können dann hier einen entsprechenden upload durchführen zum beispiel hier mit http und dann brauchst fall natürlich können wir dann entsprechend das image auswählen und dann aktivieren so hier gibt es jetzt eine besonderheit und zwar image gibt es einmal backup und einmal active das active image ist das image was standardmäßig dann aktiv ist also wenn der switch bootet und das backup image ist natürlich dann logischerweise ein backup image so wir gehen jetzt hier direkt aus active image haben dann hier entsprechend den file angegeben und dann aktivieren wir das ganze so da kommt natürlich dann direkt eine meldung writing image to flash do not power down ist auch logisch wir dürfen die stromverbindung während einem update natürlich nicht trennen so nach kurzer zeit kommt dann die abfrage möchten sie das gerät booten ja das möchte ich und dementsprechend startet dann auch der neustart nachdem dann der neustart abgeschlossen ist werden wir automatisch wieder auf die startseite geworfen müssen das ist natürlich neue einloggen mit den daten und dann sind wir auch schon wieder in der übersicht so haben wir jetzt hier auch das aktive image ist das neueste die v2 30 vom 14.12.2016 so jetzt hat er hier natürlich erst mal wizards zur verfügung also wir haben einmal die möglichkeit schnell sachen über ein wizard einzurichten zum beispiel das ist hier der ganz normale start-up wizard der durchgeht vlan quality of service link aggregation natürlich gibt es in den in der konfiguration teilweise dann noch mehr punkte sieht man hier ganz gut also hier haben wir einmal das monitoring und dann hier die konfiguration und hier gibt es wirklich sehr viele möglichkeiten ich mache gerade mal die ganzen menüpunkte auf damit man vielleicht mal sieht wie viele möglichkeiten so gehen wir aber noch mal zurück auf die startseite gehen als erstes mal den start-up wizard durch so wir befinden uns jetzt im start-up wizard wir haben hier einmal den ersten schritt setup ip-adresse das heißt wir können jetzt eine ip-adresse hier fest vergeben ich nehme jetzt einfach mal dieselbe die man dhcp server verteilt hat wir können das gateway gerade noch mal angeben können auch entsprechend den dns eintragen und gegebenenfalls auch noch den ntp server nachdem wir das gemacht haben gehen wir dann auf next hier gehen wir dann auf username passwort das kann man hier wie gesagt dann neu vergeben ich nehme jetzt auch mal username admin und dann entsprechend ein sicheres kennwort und dann wieder auf next so dann zeigt er hier nochmal in der übersicht alle daten an in klartext und wenn wir auf finish gehen sind wir dann von der einrichtung dahingehend durch kommen wir wieder zurück in die oberfläche wir haben jetzt die grundsätzliche installation von dem zeichsel man es wird durchgeführt auch hier gilt wie immer konfiguration speicher nicht vergessen heißt hier safe und damit wird die konfiguration dann auch gesichert jetzt gibt es natürlich weitere punkte faulern quality of service link aggregation wie das genau funktioniert erfahrt ihr in meinen nächsten videos zu diesem switch ja und damit endet dieses video ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten mal